Dumbbell Shoulder Press Seated. Bei der Ausführungsvariante schnappt euch ein paar Kurzhanteln, hockt euch auf eine Bank, stellt die Rückenlehne so gerade wie möglich ein, so dass es noch angenehm für euch ist und nimmt die Kurzhanteln wie vom Athleten hier demonstriert in die Ausgangsposition und drückt sie gerade über Kopf. Stellt euch vor, ihr wollt sie in die Decke reindrücken. Wichtig dabei ist noch, dass ihr einen stabilen Stand habt, um effizienter die Kräfte in die Handelstangen übertragen zu können. Bis zum nächsten Mal.